Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tunnel Eden, Entschuldigung. Ja, wir waren hier im letzten Part in der Endzone, dem Toyspecial Room von Elda und so. Ja, und ich hab mir jetzt durchgelesen, wie ich jetzt das Zeug bekomme. Ja, ich weiß, es ist cheating, aber naja, was soll's. Gut, ich hab's nur vergessen, verdammt. Moment, das Zeug, wie krieg ich das nochmal? Das war, glaube ich, hier. Go inside. Und jetzt slide. No effect. Noch beide rein? Slide. No effect, okay. Muss ich doch davor. Let's go. Slide. Ah, jetzt. Oh. Ähm. Slide weg. Nochmal slide. Und jetzt. Aha, jetzt. Gut. Hier findet man, glaube ich, nichts, habe ich gelesen. Aber wir speichern mal. Weil wir's können. No one can take the eternal flame landest to destroy the guardian of this cave. Ja genau, wir müssen hier kämpfen. Der ist so hässlich, der Kraken. Und warum hab ich nicht mehr so viel Leben, also zwei. Item mit Iser. No. So. Ah, jetzt. Ah, jetzt. It keeps going and one final shot. Verdammt. Ah ja, wir machen ganz ordentlich Schaden. Ja, aber auch. Verdammt. Wo ist der Church? Wobei, nehmen wir Odin Slash. Äh. Doch, du heilst uns mal alle. Hot Shot. Hat Hot Shot nicht sein Zimmer 40 ausgemacht? Fragezeichen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, den Slash. Äh, du darfst nochmal Cure Omni einsetzen. Du darfst diesmal... Great Tonic. Mega Tonic. Zu Noah. Du, ähm... Was ist mal deine MP? Ach, nimm Elixier. Das geht doch. Wunderbar. Und jetzt will ich Cure Omni sehen. Okay, ich hätte doch Megatonic nehmen sollen. Äh, Great... Megatonic. Oh, okay. Passt schon. Schon bis hier? Das ging aber schnell. Gott, Eternal Flame. Aber wenigstens haben wir das jetzt. Gut, halt. So. Sicher ist sicher. Nicht, dass wir dann feststecken hier im Land. Und das war ganz gut so. Sonst wären wir jetzt da fest. Alles klar. Dann können wir jetzt die... die Eternal Flame bringen. What? You have the Eternal Flame with you? Eureka. With this I can send my baby into the clouds. Hey, I've got an idea. Since you've given me a much needed power source, you can be the first crew to take her into the skies. Thank you. Oh, was fun, this is. Ah! Okay. Ja, genau. Er läuft über Bäume. Mhm. Here, I'm done. Take good care of my baby. Natürlich. Wonderful. Now we can reach Ishi. Now let's not forget what Dogen said to us. Now we have more freedom to explore the world. We can find opportunities to earn more attempts and make our final battle easier. Alright, let's go. Okay. Da finde ich das Spiel echt nicht schlecht, sagen wir mal so. Also das ist echt gut, dass die da sagen, nee, also bevor ihr jetzt kämpft, erledigt doch erstmal. Mal das Zeug. Das ist nicht selbstverständlich. Was? Da war Endzone, genau. Ich habe mich schon wieder verirrt hier auf der World Map. Merkt ihr, ja, merkt ihr bestimmt. Moment, Moment, Moment. Da. Ups, Entschuldigung, das war mein Fuß gegen Miko. Slide. Perfekt, Hallöchen. Slim's the Antidote. Yes. Oh, gehen wir zum King. Einmal König, bitte. Slim's the Antidote. Perfekt. Perfekt. Moment, da war es doch. Ach, Seele, was machst du schon wieder? Hä? Nein. Moment. Eee, warte. Oh, ich hab mich schon wieder... Na, jetzt bin ich richtig. Ja, jetzt. Oh Gott. Ja, ja, ich mach so Sachen, ne? Okay, wir müssen jetzt dem König das Slim's the Antidote bringen und dann kriegt man was ganz Tolles. I feel so depressed. My nose has not aged well. No one woman, no women will ever accept to become a queen. If only I could, get my hand on Slim's the Antidote. It's the only potion capable to heal me. Oh. You got your hands on the Slim's the Antidote? Please give it to me. Sure. Oh, thank you. Take this precious stones as a token of my graduate. Brave stones. I hope the effects of this wonderful Antidote won't take too long. Your Highness, I heard that I can take up to 50 years. What? Oh my, this nightmare will never end. Okay. Long ago, when the king was about the prince, his beauty was sad for all to behold. I heard a Slim's the Antidote doesn't actually exist in this world any longer. His king saw love pass however that the inches of his waistline came faster than all of his birthdays. All of these years later, well, look at the result now. Okay. If you ask me, I choose to be a modest, patient with a cute nose than a king with a horrible nose any day of the week. Being a king isn't everything. die sind ja nett zu ihm. Naja, okay. Wir können jetzt zurück und können mal weitermachen. Was sind denn die anderen Höhlen hier? Uh, slide. Okay, uh, slide. Noch mal. Gut, jetzt kommen wir da rein. Da ist glaube ich nichts außer der Kiste. Und Igenhelmet. Uh, equip. Äh, equip. Äh, was hast du eigentlich? Crimson Hennet? Okay. Zu wissen. Nope. Back. Wir müssen ein bisschen, ja, so. Skill. Und slide. Okay, gut. So, und jetzt müssen wir da rüber. Und da ist glaube ich auch noch was. Slide. Und Tada! Wenn es, ja, jetzt. Und das ist glaube ich jetzt das Schild. Ja. Halt. Halt. Equip. Oh, du willst ja kein Schild. Dann willst du ein Schild, aber du hast es schon. Oh. Du bist scheiße. Okay. Können wir jetzt noch was hier machen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Warte, warte. Gaia. Warte, warte. Was wollen wir hier rein? Safe game. Welches Spiel? Okay. In the world? Das habe ich, äh, bei, das gucke ich gerade bei Rainbow Delpy und bei Eulia Twin. Da können wir auch okay sehen. Stag. The soul of the faith move is unleashed. The soul of the grader trio is unleashed. Okay, ich hoffe, die finde ich jetzt. Ich glaube, B-muffer hier im, ja, irgendwo im Eden Tower. Äh, wo war'n der Eden Tower nochmal? War der nicht hier irgendwo? Achso, hier, okay. Gut, da haben wir ihn. Und ich hoffe, die sind da drin. Die einen Dinger zum Beispiel, zumindest. Aber wo waren die anderen? Ich glaube, in Gomorra irgendwo. Und dafür brauchen wir Sagrada Crest. Denk ich zumindest. Oh, da, hi. Das wird Behemoth sein. Swordman emerged. What? Wo kommt die? Äh, Moment. Ich bin grad, ich komme gerade nicht drauf, klar? Ich komme gerade echt nicht drauf klar. Aber cool, dass sich Josephine mir selbst hält. Skill, cure, omni, attack, attack. Ah, ja, okay. Noah ist irgendwie overpowered, ne? Es, kill, cure, omni, du darfst jetzt mal Alex hier auf Noah anwenden. Und du kaffst an. Und schon sind wir da alle geheilt. Und jetzt haben wir nur noch angreifen. Und dann dürfte, nach der Runde dürfte kaputt sein. Ja, zumindest denke ich das. Boah. Und jetzt noch ein bisschen. Oh, komm, 67. Leute, willst du mich verarschen? Jetzt geht doch. War das nicht das Album vom Sagrada-Trio? Oh, das. Josephine hat Noah überholt? Das geht aber nicht. Okay, nur einen. Dann müssen wir vielleicht jetzt gleich sliden. Und dann im anderen Eden-Tower. Und dann in Gamora. Und dann, äh, keine Ahnung. Irgendwo. Keine Ahnung, wo wir gerade hin müssen. Ich habe echt keinen Plan. Das ist total verwirrend. slide. Oh Gott, das Spiel macht mich fertig. Slide. Ich finde es cool, dass man einfach so sliden kann hier. Und Schmetterlinge. Überall Schmetterlinge und Essen und Trinken und hast nicht gesehen. und weiteres Schmetterlinge. Und doch mehr. Und gleich kommt Oh, da ist Da oben. Won't you hear the briefing again? The first thing we need to do is to find something that can fly. Just in the blah 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 blah. Alles klar. Ich habe auch vergessen, dass da ja unser ähm unser unser was habe ich vergessen? Ja. Unser unser Quartier ist. Unser Hauptquartier. Headquarter. Oh, da habe ich noch was übersehen. Das war super, dass ich das kunden ab. Ich will auch so klares Wasser wie hier. Naja, okay. Dann gehen wir mal weiter. Ja, der Schiff ist in der anderen Welt. Äh, ja. Slide. Ich will da nicht rein. So. Was ist das eigentlich? Äh, keine Ahnung, was das ist. Aber gut. Ähm. Es gab nichts mehr, was wir brauchen. Äh, ich habe nicht vergessen, was wir noch alles brauchen. und wo wir den Rest finden, aber ich glaube, das hat hiermit was zu tun. Ach, wie kommen wir nun da nochmal hin? So, Rishi. wie? Äh. Äh. Ähm, ja. Ich glaube, wir kommen hier irgendwie drüber. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ja. Ach, genau. Hierüber, man, Zechariah. Zechariah, oder wie der heißt. Okay, doch nicht so. Oh, Mann, das verwirrt mich alles sogar, die Karte. Total schlimm. Ja, äh. Ist da irgendwo mal ein Ende davon? Muss ich doch da rein. Ach, ja. Stimmt, da muss ich hier hoch. Ach, Mensch. Ich bin so vergesslich. Ernsthaft. Das ist nicht mehr feierlich. Der Shout-Cut. Da leuchtet alles und. So, jetzt müssen wir hier das Ding finden. Das Ding. Äh, jetzt bin ich nur gespannt, wo das genau sein soll. Warte, was ist eigentlich für mein Lyricus-Traum? Slided. Muss ich mal ausprobieren. Oh, Gott, hab ich viele Ideen. Viel zu viele für einen Kopf. Wo ist denn da, dieser hässliche Geist? Vielleicht da drin? Nein. vielleicht ist er auch da drin? Ja, weiß. Neu, ist er nicht. Blöde, schmicht fiech. Na ja. Ähm, wir machen den nächsten Part weiter. Safe game. Hier ist er nämlich, glaub ich, schon drüber. Ja, na ja, geht. Also, wir machen den nächsten Part weiter. Bis dann! Wir machen den nächsten Part. 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 Untertitelung des ZDF, 2020